Herzlich Willkommen! Wenn du Interesse hast an einer NLP-Online-Ausbildung oder wenn du dich fragst, kann das überhaupt funktionieren und wie funktioniert das Ganze, dann bist du mit diesem Video genau richtig. Der Online-NLP-Practitioner. Was kannst du alles erwarten? Und vor allem, online, kann das überhaupt funktionieren? Wir sagen ja und wir haben auch schon einige Teilnehmerstimmen dazu, zum Beispiel die Karin Hinterberger, die hat zu einem unserer Online-Seminare gesagt, das zwei Tage gedauert hat. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ein zweitägiges Online-Seminar so gut funktioniert und dabei so praxisbezogen und abwechslungsreich sein kann. Danke an Marian für seine klaren und kompetenten Ausführungen sowie seine wertschätzende Art. Es waren zwei sehr inspirierende und kurzweilige Tage. Online ist einiges möglich mittlerweile und deswegen bieten wir diese Ausbildung auch an. Die Didaktik bei uns im Online-Practitioner ist ähnlich wie im realen Seminar. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich möchte nur ein paar Beispiele geben. Natürlich gibt es Impulsvorträge, also das ist ganz klar, aber wir haben genauso Demonstrationen. Das heißt, du siehst, wie ich andere Menschen coache. Du siehst mich und auch der, der gecoacht wird. Und du hast die Person auch viel näher als in der Ausbildung. In der Ausbildung, in der Offline-Ausbildung, also in der Live-Ausbildung, sitzt du oft 5, 10 oder manchmal auch 15 oder 20 Meter entfernt. Hier hast du die Person direkt vor der Kamera, kannst dich genau konzentrieren, kannst sehr genau beobachten. Das ist einer der kleinen Vorteile von Online. Danach wirst du die Übung auch selber durchführen, wie wir das immer im NLP machen. Das heißt, du wirst diese Coaching-Prozesse und auch Selbstcoaching-Prozesse, die du lernst, selbst anwenden. Manche der Dinge machst du auch alleine. Das sind intensive Einzelübungen. Und wir haben natürlich auch Gruppentransen. Das darf in einer NLP-Ausbildung nicht fehlen. Ja, wir haben auch Körperübungen. Das finde ich gerade auch im Online-Bereich wichtig. Aber wir machen jetzt nicht einfach so Körperübungen, um Körperübungen zu machen, sondern wir machen das zum Thema State-Management, um unsere Gefühle und Emotionen zu verändern, um unser Hormonsystem zu verändern. Und es gibt ja auch Körperübungen, die im Coaching bzw. vor allem im Selbstcoaching sehr wirksam sind für die Veränderungsarbeit. Und genau diese Übungen werden wir auch machen. Ja, du kannst auch mit den, und wir können auch mit dem Whiteboard arbeiten. Wir können auch gemeinsam arbeiten. Da kann man auch brainstormen. Das ist nur eine der kleinen Möglichkeiten, die es gibt, was manche gar nicht wissen. Wir haben Reflexionsrunden und vieles, vieles, vieles mehr. Und vor allem natürlich auch, du wirst ganz viele Geschichten von mir hören. Es wird ganz kurzweilig, so wie die Karin es eben gerade gesagt hat. Die Ellen sagt dazu zum Beispiel, insgesamt unglaublich viel sofort praktisch anwendbarer Content. Dennoch entspanntes gemeinsames Arbeiten, wie ich es mir online vorher nicht vorstellen konnte. Insbesondere auch mit der virtuellen Kleingruppenmöglichkeit. Genial. Mein persönlichen Highlights natürlich die Demos, Visions- und Mentortechnik, die mir nun auch aktuell für meinen hohen Kittelbrennfaktor sehr weiterhelfen. Herzlichen Dank und, dass der Körper mit dabei sein dürfte, schön ganzheitlich, Kriegeratmung, Dekonstruktion von Problemen, Heavenning-Technik. Ja, also ich gehe jetzt nicht einzeln darauf ein, was das ist. Du kannst mal schauen, Mentortechnik ist tatsächlich eine Übung. Da brauchen wir sogenannte Bodenanker im NLP. Das heißt, da müssen die Personen auch im Raum stehen und du leitest die Menschen dann durch in diesem Raum. Und das heißt, es ist durchaus eine komplexe Technik und alles können wir online machen. Und du wirst auch alles erleben, wie das funktioniert und auch wie gut das funktioniert. Welche Varianten gibt es jetzt? Du hast zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist der Wochenend-Practitioner. Der ist sehr ähnlich, wie du das vielleicht von Landsiedelausbildungen oder auch von anderen Instituten kennst. Das heißt, da gibt es bestimmte Seminarzeiten, Samstag und Sonntag und da gibt es bestimmte Termine und an diesen Terminen findet diese Online-Ausbildung statt. Zusätzlich ist es aber so, wir werden an diesen Ausbildungstagen intensiv arbeiten und auch intensiv üben, aber um auch wirklich ein Zertifikatumschluss zu erhalten, brauchst du auch die Übungsabende. Wir bieten jede Woche einen Übungsabend an. Das heißt, du kannst jede Woche teilnehmen. Wenn du das ausrechnest, dann hast du sehr viele Übungstage gemacht. Du brauchst nur vier Übungsabende, um ein Zertifikat zu bekommen. Du kannst aber auch fünf, sechs oder zehn Übungsabende in Anspruch nehmen. Das ist alles möglich in dieser Variante. Ja, es ist nur ein Termin, der jetzt hier steht. Wir haben dann einen zweiten Durchlauf, der startet im September und wenn es dann weitergeht, wenn die Webseite gerade aktualisiert ist oder wir schon später dran sind, dann sind natürlich hier andere Termine. Das ist nur so als Beispiel gesehen, wie so eine Ausbildungsvariante am Wochenende aussieht. Die zweite Variante, die du hast, ist der Abendpractitioner. Der Abendpractitioner ist angelehnt an ein Abendgymnasium. Das heißt, wir haben hier wirklich Abendseminarzeiten von 19 bis 22 Uhr. Du siehst, die sind hier viel, viel kürzer und wir arbeiten da von Montag bis Mittwoch. Beziehungsweise haben wir am Donnerstag eben auch diesen Übungstag, der auch der Übungstag ist vom Wochenendpractitioner. Natürlich kann man auch, wenn man möchte, an einem anderen Tag üben, man kann sich mit den Teilnehmern das ausmachen. Wenn du da gerade nicht Zeit hast oder generell nie Donnerstagszeit hast, ist das auch möglich, aber wir bieten eben jeden Donnerstag an, dass du dort auch viele Leute hast und auch natürlich Leute von anderen praktischen Ausbildungen. Das hat großen Vorteil. Ja, auch da braucht es mindestens viermal am Donnerstag. Die restlichen Donnerstage sind frei und von Montag bis Mittwoch arbeiten wir da und das Ganze hat auch zwei Starttermine, einmal der 20. April und einmal der 21. September. Für genauere Daten, die aktueller sind, einfach auf der Webseite schauen. Ja, für wen ist es der eine, für wen ist es der andere? Man muss für sich selber schauen, wenn man sagt, hey, abends hat man wirklich Zeit, man möchte das Wochenende nicht belegen oder man ist generell auch gerne abends aktiv, dann ist der Abend praktisch nicht sicher eine super Variante, weil du keine Zeit am Wochenende verlierst. Auf der anderen Seite gibt es viele, die sagen, nee, eine Wochenverante ist mir um einiges lieber, ich habe das lieber kompakt, ich habe das lieber hier in diesen sieben Modulen plus die Übungsabende, das muss dann jeder für sich entscheiden. Ja, die Carola sagt zu unserer Online-Ausbildung oder zu unseren Online-Seminaren das Highlight war, dass es auch online super funktioniert hat und ich eine Verbundenheit zu den Teilnehmern herstellen konnte. Das wirst du lernen, du wirst ganz viele Coaching-Prozesse lernen und du wirst sehen, dass auch online viel möglich ist. Für manche tun sich da ganz neue Geschäftsfelder dann auf, die merken dann, hey, ich kann vieles auch online machen und ja, das ist natürlich auch ein Nebeneffekt. Echter Hammer, tolle Leute, tolle Trainer, tolle Inhalte, die Übungen in den einzelnen Räumen waren klasse, das ist meiner Meinung auch das, was bei einem Seminar am nachhaltigsten wirkt, Praxis vor Theorie. Ja, die Hervorhebungen sind meine hier, Praxis vor Theorie finde ich ganz wichtig, wir werden ganz, ganz viel üben und wir werden ganz viele Möglichkeiten haben, das Ganze auch wirklich anzuwenden, nicht nur am Donnerstag, Ja, welche Zertifikate bekommst du, wenn du eine oder zwei Varianten machst? Du bekommst einerseits unser Landsiedelzertifikat und auch ein Zertifikat von der I.N., von der International Association of NLP Institutes und mit diesen beiden Zertifikaten steht dann oben Ausbildung innerhalb von 19 oder 20 Tagen oder beim Abendpraktitioner ist es ein bisschen mehr, da sind es dann sehr, sehr viel mehr Tage. Es sind beiden Ausbildungen weit über 130 Stunden, die du absolvierst und dafür musst du aber Folgendes machen, einerseits musst du natürlich anwesend sein, das heißt, bei der Wochenendvariante kannst du maximal einen halben Tag fehlen und bei dem, bei der Abendpraktitioner Variante kannst du maximal zwei ganze Module fehlen. Zusätzlich, wie schon gesagt, vier Übungsabende, du kannst auch mehr machen und ein Online-Testing, dieses Online-Testing ist asynchron, das heißt, wenn du das alles geschafft hast, wenn die Anwesenheit und so weiter erfüllt ist, dann kannst du dich für das Online-Testing anmelden, dann bekommst du einen Link und kannst es zu dem Zeitpunkt, wenn du möchtest, machen. Das ist dann eine Zeitbeschränkung und so weiter, das heißt, das ist dann auch wirklich ein Testing, auch wirklich ein intensives Testing und das machst du dann an einem Tag, wo es dir gerade gefällt, das ist ein großer Vorteil bei der Online-Variante, weil wir nicht alle gleichzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt dazu bringen müssen, wenn du sagst, du bist morgens fitter, kognitiv, dann machst du es morgens, wenn du sagst, ich mache es lieber abends, machst du es abends, wann immer du das möchtest, das kannst du dann entscheiden. Ja, und ganz wichtig ist uns, dass NLP wirklich gelebt wird, dass du das in den Alltag integrierst, dass du wirklich was mitnehmen kannst, deswegen gibt es eine Integrationsarbeit. Jetzt, das Wort Projektarbeit, das stößt bei mir immer so ein ungutes Gefühl auf, also wenn ich ein Seminar oder eine Ausbildung gemacht habe und es hieß, man müsste eine Projektarbeit schreiben, war mein erster Gedanke, okay, mache ich die Projektarbeit für mich oder mache ich die für den Seminarleiter? Und wenn man dich für den Seminarleiter macht, ist das ganz ätzend, also wenn du dann bestimmte Seitenzahlen erfüllen musst oder wenn du das wissenschaftlich sein musst oder irgend so ein Zeug, das finde ich eher anstrengend, das ist hier nicht. Die Idee von dieser Alltagsintegrationsarbeit ist, dass du NLP anwendest, dass du es öfters anwendest, besser anwendest, mehr anwendest und dass du wirklich ins Tun umsetzen kommst. Das ist ein reines Tool, um dich zu unterstützen bei der Integration. Das heißt, da sind klar schon auch Reflexionsfragen drinnen, aber da sind vor allem so Dinge drinnen, wie wenn wir zum Beispiel uns Ziele setzen. Dann lotierst du das da drinnen kurz und dann ist auch die Idee beim nächsten Mal zu reflektieren, hey, wie weit bin ich bei meinen Zielen? Weil wir wissen, durch diese Messbarkeit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du deine Ziele erreichst. Und wir wollen ja, dass du dein Ziel erreichst, also machen wir das gleich verpflichtend, dass du das Ganze messbar machst. Und so hast du einen stetigen Begleiter in deinem Alltag und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann NLP wirklich nutzt und wirklich zum Anwender wirst und auch wirklich gut wirst darin, ist sehr, sehr viel höher. Ja, wenn du das abgegeben hast und die ganzen Voraussetzungen erfüllt hast, bekommst du die zwei Zertifikate. Inhaltlich ist es ganz gleich wie bei einem Practitioner vom DFLNLP oder ÖDFLNLP. Das heißt, wir haben uns genau die Inhalte rausgesucht, wie bei jedem anderen Practitioner auch. Und nur so ein Beispiel, was wir da machen. Das ist jetzt nicht alles, aber so, damit du, wenn du gar keine Idee hast auf der Webseite, findest du noch viel mehr Informationen dazu, da findest du noch viel mehr, was wir da alles machen, aber so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was sind die Inhalte. Du lernst, wie du dir Ziele setzen kannst und vor allem sie auch erreichst und Visionsfindungsprozesse auch dabei, wenn du noch gar keine Idee hast oder die Idee noch klarer bekommen willst. Du lernst, wie du dein Mindset auf Erfolg programmieren kannst. Du lernst Hypnose und vor allem hypnotische Sprachmuster, damit du einerseits erfolgreicher kommunizierst und andererseits auch bei dir sehr beachtsam bist, wie verwendest du deine Sprache und deine Sprachmuster. Ja, Kommunikation ist ein wichtiges Thema, wie kannst du das stärken und auch deine Reflexionsfähigkeit, ganz, ganz wichtiges Thema, das lernst du dort. Dann natürlich ganz viele Selbstcoaching-Techniken und Coaching-Techniken. Die meisten Dinge, die du dort lernst, kannst du nicht nur im Coaching anwenden, sondern auch im Selbstcoaching. Als Beispiel ist hier angeführt Reframing, also das Umdeuten der aktuellen Realitätskonstruktion, Timeline-Arbeit, also wie du mit deiner eigenen Zeitlinie arbeiten kannst, Strategiearbeit und vieles, vieles mehr. Also wie gesagt, auf der Webseite findest du alles. Dann natürlich Fragetechniken zum Dekonstruieren von Realitäten, Stichwort Metamodell, Submodalitätenarbeit, also erkenne die Programmiersprache deines Gehirns. Du lernst da Dinge, wie zum Beispiel, wie du dich Angst wegprogrammieren kannst, wie du Stress wegprogrammieren kannst, wie du aber auch den inneren Kritiker deprogrammieren kannst, so dass du nicht so viel Mind-Talk immer in deinem Kopf hörst und vieles, vieles mehr. State Management ein ganz wichtiger Punkt im Werde zum Gestalter deines Lebens und vor allem deiner Gefühle. Denn je besser deine Gefühle, desto besser deine Entscheidungen und dadurch, desto besser dein Leben. Ja, und vieles, vieles mehr, das ist jetzt nur ein kleiner Auszug von dem, was du in dieser sehr umfangreichen 20-Tägen oder einiges mehrtägigen Ausbildung, je nachdem, welche Variante du wählst, lernst. Petra sagt, Präsenz, trotz oder wegen online. Hat viel Spaß gemacht, Highlight, das zufällige generierende Teilnehmer bei Gruppenübungen, super und die Möglichkeit mit einem weit entfernten Trainer zu arbeiten und nicht nach Ort zu wählen. Marion ist präsent, kompetent, motivierend, wertschätzend, unkompliziert und natürlich. Ja, was ist der Vorteil dieser Online-Ausbildung? Einerseits natürlich die Kosten. Der Vorteil ist, du investierst jeden Euro in dich selbst. Normalerweise, wenn du jetzt eine Ausbildung um zum Beispiel 3.000 Euro buchen würdest und dann fährst du da hin, hast Hotelkosten, hast Restaurantkosten, hast Übernachtungskosten, hast Fahrtkosten und all diese Dinge, dann legst du vielleicht 1.500 Euro drauf und eigentlich kostet die Ausbildung 4.500 und nicht 3.000 Euro. Abgesehen davon kann man die Sachen auch ein bisschen schlechter abschreiben, gerade Restaurantkosten. Das heißt, der Vorteil ist, du sparst dir einiges an Geld ein und jeden Euro, den du investierst, der ist wirklich in dich investiert. Zweiter großer Vorteil, Übungszeit. Du hast theoretisch die Möglichkeit, jeden Donnerstag zu üben und, und das ist jetzt ein noch viel größerer Vorteil, du hast viel mehr Übungspartner. Ein großer Nachteil bei einer realen Ausbildung ist, dass du die Übungen, die du machst, immer mit Leuten machst, die ja die Demonstrationen schon gesehen haben, die sich dann ja, dementsprechend verhalten. Du kannst auch so Dinge machen, wie, ja, mach mal wie das, was wir da an der Übung gemacht haben. Du kannst auch Fachvokabular verwenden, ja, du kannst von Reframing reden und wenn die andere Person gar nicht weiß, was Reframing ist, ja, ist es blöd im Coaching, aber in der Ausbildung ist es nicht so, weil es war ja jeder anwesend. Und hier hast du den großen Vorteil, dass bei diesen Übungsgruppen auch fremde Practitioner anwesend sind und du wirklich üben kannst, wie du Coaching effektiv machen kannst. Das ist ein Riesenvorteil und du kannst dir auch selber aussuchen, wie oft machst du das Ganze, also das ist sicher einer der größten Boni in dieser Ausbildungsvariante. Weiterer Punkt ist der höhere Praxistransfer. Dadurch, dass NLP bei dir zu Hause unterrichtet wird, das heißt, du auch deine Umgebung siehst, die du jetzt gerade siehst, erinnerst du dich eher daran, bei dir zu Hause das Ganze anzuwenden, umzusetzen und zu tun und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du es tust. Außerdem ist auch die Didaktik darauf ausgerichtet, dass du es umsetzt und ins Tun kommst und natürlich, wenn du am Sonntagabend total inspiriert bist von dieser Ausbildung und dann sofort starten willst, kannst du sofort was machen, weil du hast keine Nachhausefahrt mehr, du musst nirgends mehr hin, du bist schon bei dir und kannst gleich etwas einsetzen, umsetzen, anwenden. Ja, und ein kleiner Zusatzgewinn ist natürlich, dass du nebenbei lernst, wie man mit Spaß online lernen und arbeiten kann, also wie du diese ganzen Tools anwendest, falls du sie noch nicht kennst und wie du das vielleicht auch selber zu einem Geschäftsfeld von dir machst, also Online-Training oder Online-Coaching. Ja, der Marek sagt, die gesamte Gruppe, Trainer und Teilnehmer waren super sympathisch und die Übungen haben großen Spaß gemacht, ich fand die Online-Vision des Seminars sehr gut und wünsche mir, dass es auch in Zukunft Angebote in diese Richtung gibt. Das erspart vielen Teilnehmern Zeit und Geld der Anreise und gegebenenfalls Übernachtung wegfallen. Ja, rechne dir das mal aus, wie viel Zeit du dir da ersparst und wie viel sich das Ganze für dich rentiert. Wenn wir uns dort sehen, freue ich mich sehr, wenn nicht, sehen wir uns vielleicht vorher nochmal bei einem kostenfreien Abend-Webinar, die mache ich ja auch und da siehst du dann auch, wie das bei den Webinaren so ist, wenn du noch ein bisschen Gefühl dafür bekommen willst. Und ansonsten möchte ich abschließen mit einem Zitat, das ich sehr, sehr gut finde, gerade für NLP. Das heißt, wir sind nicht verantwortlich für die Karten, die wir im Leben bekommen. Wohl aber dafür, wie wir sie ausspielen. Nutze NLP, um deine Karten bestmöglich auszuspielen. Wir sind nicht verantwortlich aus, sondern wir werden direkt Da müssen wir uns